ja die nächste factory runde spaß fahren und was weiß ich wir sind hier wir sind hier wohin hey links Halt den Rucksack. Hä, wo ist er denn? Ah da. Danke. Ah da läuft schon einer. Ich hab die aus, ne? Mach den Schaft raus. Mit Maustaste reindrücken, David. Auf einmal auf die Waffe gleich klicken. Ja. Ich hab die Waffe wieder aus. Alter, das ist ne Taschenlampe. Ja guck mal, jetzt machen wir mal beide. Guck mal, mach mal an. Jetzt muss ich die Lampe auch holen. Das ist die... Das ist die... Clutch 2U. Von Zenit. Full-HD-Taschenlampe. Ja. Da laufen auf jeden Fall schon welche draußen. Die kommen gleich. Ja. Oh, das war schon näher. Ja, die Kugel hat dich wahrscheinlich in unsere Richtung pariert. Die kommen gleich. ich sorge ein bisschen für action mach mal licht aus und sehe ich nicht sicher Aber auch hier! Ich bin jetzt hier! Ja, ich bin jetzt hier! Los geht's! Hier ist der Laser. ich habe einen Sniper-Support Alter Saski Was? Was laberst du denn da? Junge habe ich mich erschrocken Du bist ein Hans-Peter Leuchst du hier rum? Ja Es ist hier Da läuft Ja das ist David Ja Da läuft einer draußen Da Da hinten läuft einer Die sind da hinten hinter dem Jaja die sind zwei Stück nach links gelaufen Die kommen jetzt Vorsicht Alles klar Die werden kommen Sehr gut Genau Also Die wird sehr gut Ich kann genau das Wie soll es das Besserug Wie soll es das Was ist das Das ist ... Das ist ... Das ist ... Ich nach ... Ich habe einen hinten gesehen. Oder? Ich hole ihn gleich. Ich habe ihn voll. Ich mache ihn voll. Ich habe 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 ihn voll. Das ist 제�az. Du siehst du mal. Ich bin einer. Du bist ... Du bist ... Du bist nicht auf. Dasselig ist, dasselig rauskriegt. Ich bin auf der Seite. Ja. Ah, jetzt. Was ist denn mit dir jetzt? Ah, man hört, dass die da sind. Die kommen gleich. Komm ich helfe denen mal, ich mach mal die Tür auf. Hier ist aber kein, im Zelt ist keiner drin. Jetzt. Oh, ich hab einen getroffen. Hast du Granate geworfen? Ja. Ja, der kam, hat aber nicht mehr geschafft. Aber in der nächsten Runde nimmst du keine Rüstung mit, dann nimmst du nur die Knarre mit. Und ich hab auch gesagt, mach mir. Da bewegt sich was. Kommt was von rechts. Ach David, das ist deiner. Ich versteck mich hinter dem Ding, da kannst du den Abknall wieder kommen. Ich guck noch mal, wie ich mich abknall. Da hinten war einer, auf der Treppe. Wie siehst du denn da, Alter, ist ja voll am Blinden. Alter, wollte ich gerade sagen, Alter, was siehst du denn da? Da oben war einer. Kann man da die Treppe hochgehen? Ja, kannst du. Ach so. Da sieht man gar nichts da bei dir. Seht ihr das nicht? Ja. Da kommt jetzt einer von rechts. Wies. Rein, läuft schon wieder. Hier. Ich hab den glaub ich angelockt. Jetzt, wenn du dein Licht abmachst, dann blende ich das. Da kommt der. Da kommt der. Der ist in dem Zelt, David, der kommt jetzt gleich. Es wird lauter. Das sind mehrere. Jetzt. Sehr gut. Da sind noch mehr. Da kommt noch einer. Noch einer. Noch einer. Oh. Ich muss jetzt nachladen. Irgendwie. Kann ich aber nicht. Nee, doch entladen. Aber nimm die ersten Rick. Nimm die ersten Rick. Nimm die ersten Rick. Da ist aber noch einer. Ja, ich geb dem Deck um. Warte, der kommt jetzt. Jetzt. Eieiei, ist das wunderschön. Zieh die drei kleinen Magazine runter in deinen Rucksack und pack die Großmagazine nach oben. Damit du die nicht, äh, pack nicht alle nach oben. Lass zwei frei, sonst lädt der nicht nach. Jetzt kannst du. Jetzt kannst du nachklippen auch. Ja. Haben die was Gutes gehabt? Nö, die haben nichts Gutes. Okay. Aber egal. Hauptsache was tut. Eine war wohl ein Spieler. Aber der hier hat einen riesen Rucksack, David, wenn du brauchst. Welcher? Ein Magazin. Ein Magazin ist noch, äh, nicht ganz voll bei dir. Oh ja, den nehm ich. Ja, sehe ich. Hat der mir Stibitzkief? Nein, der liegt da. Der liegt auch da. Ja, 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 Mann. Na, nehm doch, Junge. Ich will den gar nicht. Ich hab so einen. Nein, nein, ich mein... Ich hab so richtig viel Platz weg und dann musst du, ähm... Alles da rein trocken. Genau, alle Rucksäcke da rein. Da läuft noch einer. Ja. Hat sich einer von euch bewegt? Ja. Ja, hier läuft einer rum. Ja, ja. Ja. Der ist gesprungen. Und der lootet. Das sind Spiele. Ja. Ja. Das heißt, wir müssen vorsichtig sein, wenn wir gleich gehen. David, gleich werden wir rausgehen. Und laufen. Machen wir alle Licht an, damit wir so viel wie möglich sehen. Gut. Hast du Spiele? Hast du den Boom gebraucht? Ja. Ne, der lootet. Oder lootest du? Das bin ich. Ich bin im Zelt. Ich bin raus. Junge. Maschine. Gut gemacht. Wir müssen so langsam los. Okay. Okay. Die sind aber hier alle gelootet, ne? Ja. Nicht alle. Aber die sind so alle hier. Ach, hier liegt auch noch einer. Hier kannst du ein AK mitnehmen bei dem hier vorne. Ich weiß nicht. Ah, ne. Habe ich keinen Platz mehr. Okay. Oh, oh. Ist der tot? Weiß ich nicht. Ne, ne. Der ist hinter den Tonnen. Der ist nicht gut. Der ist schon jetzt hinter den Tonnen. Der hockt sich dann hin. Okay, komm. Wir gehen. Da. So. Noch einer. Ich brauche seinen Rucksack. Oh, David. Sehr gut. Da ist noch einer. Links ist noch einer. Der kommt gleich von der Ecke hier. Ich brauche seinen Rucksack. Da liegt doch einer. Ja, ich nehme den. Okay. Wir können weiter. David, mach Licht an, ne? Hab ich. Schön Licht an. Alles. Alles da links. So. Bei den Tonnen. Bei den Tonnen. Okay. Ist weg. Ne, ne. Ist noch einer. Hey, ich habe einen getötet. Komm. Na, halt so. Ja, aber guck mal hier. Komm, Saschke. Heißes Pflaster hier. Sehr gut. Granate, Granate. Oh, Schmack. David, pass auf. Hinter dir. Oder so, hinter dir, hinter dir. Da, hinter dir. Boah. Okay, komm, wir gehen raus. Das ist mir zu heikel. Komm. Hehehehe. 80er habe ich ja gemütet. Schmack, du sollst mal deine Waffe mitnehmen? 80er. soll ich deine Waffe mitnehmen? Nehm alles mit. Loote den Schind. Vielen Dank.